Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf GZN. Vor mir steht da schon, der Butti ist dabei. Ja, und zwar, diesmal seht ihr meinen Bildschirm, deswegen ist das jetzt ein bisschen komisch, wenn er sagt, vor mir steht er schon. Sorry, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Es ist noch jemand dabei, nämlich der Puffy. Der ist nicht vergessen. Und der ist gerade nicht da und redet daher nicht zu, gefällt der mir eigentlich am besten. Ja, mir auch. Und das hier ist Minecraft. Ihr habt es euch enorm gewünscht, dass wir Minecraft machen auf einem öffentlichen Server, wo jederzeit Leute von uns aus dem GZN-Kanal drauf schauen können, bauen können, wieder gehen können, zusammen aufnehmen können, was auch immer machen können. Und das haben wir getan. Ich packe euch in die Beschreibung den Anbieter dieses Servers, weil der ist komplett gratis. Und dafür, denke ich mal, können wir auch ein bisschen Werbung da machen. Ja. Und, ja, es ist Minecraft Survival. Wir werden, keine Ahnung, wir bauen einfach, schauen, was passiert. Minecraft ist jetzt nicht so das Spiel, wo man immer nur Pläne hat. Ich finde es hier eigentlich schon ganz schön, noch mit diesem Fluss da unten, Brutti. Der Fluss, wo ist er da, da hier? Den meinst du, oder? Nein. Nein, nicht den. Ich denke mir, das ist kein Fluss. Ich bin jetzt schon halb verhungert. Was ist da hinten? Ich glaube, da hinten ist er doch. Ja, da ist er. Ich habe auch Hunger schon. Also ich nicht, ich habe gerade eben gefrühstückt. Ich bin jetzt überlegen, ob ich die Kuh schlachten sollte. Ich würde es lieber nicht. Ich würde es wirklich geil da finden. Aber warte mal, der Puffy hat mir schon ein bisschen Holz besorgen können. Der Puffy hat mir schon ein bisschen Holz besorgen können. Ich kann ja uns einen kleinen Zaun bauen vielleicht. So dass wir die Kühe schon mal einsperren können. Ja, stimmt. Schon, aber ich meine, wie willst du die jetzt einsperren? Achso, die kannst du ja eh irgendwie so. Ja, Karl. Ich kann ja uns schnell Weed anbauen. So. Was brauchst du für ein Werkzeug? Ähm. Eigentlich, ich kann mir die dann selber machen. Aber ich würde auf jeden Fall brauchen eine Spitzsacke. Ich mache jetzt jetzt mal nur ein einziges Holzwerkzeug. Eine Spitzsacke. Dann baue ich uns ein bisschen Stein ab und dann... Okay. Ja, dann Holz... Naja, okay, nein. Das halte ich eh nicht aus. Es zahlt mir lieber gleich zu Stein. Der Puffy hat uns da ja eh schon ein schönes Loch in den Boden gesprengt. Ja. Ja, der Regen fuckt teilweise ab. Ich hoffe, den hört man nicht zu stark in der Aufnahme, aber den wird man kaum hören, weil ich habe den Minecraft-Sound wirklich leise gemacht. Und wie ist denn das? Der Regen braucht normalerweise viel Leistung. Deine FPS leiden eh nicht runter, oder? Nein, sie leiden nicht runter. Es ist nur am Anfang, wenn er die Welt regeneriert und wenn es gerade wirklich stark... Ich weiß jetzt nicht, wie es in Fraps ist, ja? Aber ich habe keine... Also ich habe jetzt extra 50 FPS hochgestellt, damit da wirklich alles passt. Nicht, dass es dann heißt, jetzt nimmt einmal der Putti auf und die Aufnahme ist total für den Arsch. Es wäre aber witzig. So, Werkzeuge kommen gleich. Welches tust du eigentlich... Welches Ding tust du eigentlich bevorzugen? Warte, kann man das auf Deutsch umstellen? Ich spiele in der Regel immer auf Englisch. Ja, ich spiele jetzt auf Deutsch, damit ich... Hinter dir liegen die Werkzeuge. ...damit ich mich wieder besser einfinde. Hallo? Ja, klar. Okay, es hängt sich gerade halb auf, einfach nur während ich Sprache wechseln will. Passt, fertig. Fertig. Was ist denn das jetzt für ein Holz? Fichtenholz, Fichtenholz. Ah, scheiß, jetzt habe ich dann Werkzeuge genommen hier. Wow, der Regen fackt ab. Und wohl möglich auch... Hier, da deine Sachen liegen hinter der Kuh. Wo ist... Wo liegen sie? Vor dir. Achso, da. Danke. Hast du jetzt eigentlich irgendeinen Pack drin oder Default? Ich habe jetzt... Oh, fuck, ich habe jetzt gar keinen Pack drinnen. Egal, beim nächsten Mal werde ich mir dann eins reinhauen gleich. Default ist meistens eh nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber ich werde mir dann ein Pack reinhauen, auf alle Fälle. Ah, shit. Ich wollte nur ein bisschen hauen und jetzt komme ich. Danke. Ah, wir waren ja gestern schon kurz auf dem Server und habe uns mal so angeschaut, wie dieser Anbieter ist. Ich sage mal so, da ist schon einiges schiefgegangen. Oder... Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich das Ganze... Ich will das nicht Let's Play sagen, weil es ist ja kein wirkliches Let's Play. Das ganze Projekt so weiterzieht. Wie meinst du? Du darfst du das Let's Play nennen? Ich weiß es nicht. Kann man nicht Let's Play sagen. Ich baue uns da unten mal zumindest so ein bisschen weiter. Wie wollen wir das eigentlich machen? Auf welcher Seite von See wollen wir mal irgendwas beginnen? Ich hätte es so gemacht, wir machen auf beiden und bauen uns irgendwann später mal eine Brücke drüber. Ja, ich würde das urgeil finden, wenn da richtig so richtig Bett angesiedelt wird. Das Problem, wir haben da wirklich kein Fichtenholz in der Nähe. Ah, kein Eichenholz. Ich weiß nicht, wie es da hinten aussieht. Ja, das können wir uns ja besorgen. Was wir halt auf alle Fälle machen könnten, ist so eine kleine Stadt quasi aufbauen, wo jeder sein Haus hat. Das GCN-Dorf quasi. Da bauen wir wirklich eine Brücke über den See auf die andere Seite. Ja, theoretisch, wenn es wirklich geil wird, könnte man dann ja... Was ist da unten? Ist da unten Kohle? Da drüben sind Eichen, Brutte. Moment mal. Ich hole uns Eichen, okay? Ah, das sind doch Hühner. Ah, dann bist du eh vielleicht in meine Richtung gegangen. Ja, sind doch Birken. Oh, ich glaube, ich sollte mal... Wir nehmen uns mal Birken und Eichen-Sapplings mit. ...die Brightness ein wenig hochstellen. Uh, hast du in Auge gehabt, wie lange wir jetzt aufnehmen? Nein, ich kann es ab jetzt machen. Egal, nehmen wir einfach auf bis 20 oder bis um halb. Nein, machen wir bis 20, ich glaube, das ist eine gute... Ja, ich würde es dann cutten oder so. Wir wissen ja nicht, ob das Projekt schon gekommen ist, aber der Putti und ich haben jetzt gestern auch noch Zombie-Modus aufgenommen. Wir haben gestern auch noch Dead Island aufgenommen. Der Putti und ich, wir sind momentan hier total auf Aufnahme. ...sichtweite Bildrate 120 FPS. Warte, wo ist die Helligkeit? Düster habe ich die. Wow, jetzt leckt es bei mir das Server besser. Soll ich Helligkeit hell machen? Wäre besser fürs Spiel, oder? Ja, damit sie die Leute bei YouTube besser sehen, ist das ganz richtig. Mir ist es eh wurscht, weil ich sie sowieso besser. Bei mir leckt das Server gerade so ein bisschen. Ich baue einen Block ab und dann... Oh, ich habe Cola gefunden. Dauert es kurz, bis er verschwindet. Ich habe jetzt schon mal einen eigenen Eichen-Zappling. Ich habe mir kein Schwert gebaut, fuck. Kuh, du wirst mit der Axt getötet. Ja, ich gehe dann eigentlich schon wieder zu dir, wenn ich dich finde. Nein, nein, ich gehe... Teilweise ist der Server bei mir so, es resettet die Blöcke wieder. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber das war gestern nicht so. Oh, ich sterbe, weil ich kein Essen habe. Man stirbt Gott sei Dank nicht ganz. Ja, eh. Hoffentlich ist das nicht dauerhaft auf dem Server so, weil das ist sonst ein bisschen anstrengend. Wieso kriege ich hier keinen Birken-Zappling an? Doch, habe ich jetzt. Ich komme wieder zurück. Es ist auch so... Oh nein. Wie bist du jetzt genau? Ich gehe gleich wieder zu unserer Werkbank. Wie weit ich die Sichtweite machen soll auf YouTube reicht die, die ich habe. Hast du wie viele Junks? 12. Okay, das geht eh. Ich habe jetzt gerade... 20. Okay. Man, das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Das ist schlecht, wenn Buffy den Server verlässt. Das hat er wahrscheinlich... 10 Minuten haben wir, dann schaltet sich der Server automatisch ab, weil es ja nur gratis ist. Wollen die Inhaber dieses Anbieters nicht, dass Server-Slots inaktiv bleiben, was ja eigentlich... Kannst du, hast du die Cracked Version? Version? Nein. Ansonsten warte kurz. Oh, jetzt kommt der Putri, der Techniker. Oh, scheiße. Viel Nahrung ist mir nicht übrig geblieben. Oder Leben, besser gesagt schon. Jetzt splittet das Arschloch da an die Parts, ohne Spaß. Nein, das geht nicht. Was? Es ist für mich unmöglich, dass ich das mache, weil... Wenn ich jetzt das mache, mit einem dritten Jar reingehe... Dann ja. Ich würde es ganz geil finden, wenn ich hier irgendwo ein Haus bauen könnte. Ich schau grad, dass wir so ein bisschen das Grundzeug haben, wie Ofen etc. Dürfte ich hier eins bauen? Das ist ein Haus? Ja. Wo bist du denn? Scheiße, Putti, es wird Nacht. Gehen wir runter zu Jonas und verstecken uns dort. So runter zu Jonas? Ja, komm mal drauf zu mir, wo bist du? Wo bist du? Da oben. Irgendwo bei den Fichten. Keine Ahnung. Komm lieber raus aus dem Wald, da verläuft man sich so leicht. Ich bin nicht im Wald. Hä? Ich glaube, du bist hier, weiter drüben. Ich bin da, wo wir Jonas zurückgelassen haben. Ich hab grad einfach mal drei Parts gehabt. Jetzt hab ich eine Aufnahme aus einer Aufnahme drei gemacht. Viel Spaß beim Schneiden. Wegen Jonas, egal, das schneide ich zusammen. Ja, das Problem, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Kannst du nicht irgendwie mit einem... Ich vergrabe mich jetzt unverstanden. ... mit einer Cracked Version nachjoinen? Wir haben noch knapp zehn Minuten, bis der Server sich... Acht Minuten. Wo bist du, das gibt's ja nicht. Ich hab mich jetzt vergraben. Deswegen... Der Puffy ist ja Wahnsinn, hä. Ich kann ja mal nichts warten. Ah, jetzt weiß ich, wo du bist. Ich hab mich hier in eine kleine Höhle schon mal gebaut. So mit dem Notwendigsten. Wir brauchen ja an sich eh am Anfang gleich viel Zeug, wie Öfne und so. Kommst du zu mir oder nicht? Ich bin grad am überlegen, ob ich zu dir soll. Wie lange dauert denn die geschissene Nacht? Ah, das dauert doch jetzt recht lang. Dieser Scheißregen fuckt mich wirklich ab. Ja, der ist ein bisschen anstrengend. Ich kann ja mal schauen, ob ich dich irgendwo sehe. Ich bin hier drüben irgendwo. Das Problem ist, ich hab nur mehr ein Herz oder ein halbes Herz, weil ich so verhungert bin. Wie lange regnet's denn eigentlich noch? Keine Ahnung. Das kannst du eh ausstellen. Normalerweise. Ich kann schon abschalten, aber werdest du nicht cheating? Kommt drauf an. Ich kann schon abschalten. Jetzt ist es abgeschaltet. Nice. Ja, es ist besser für YouTube, glaub ich auch. Es erspart halt auch einfach so viel FPS. Ja. Ich schreib mir lieber schon einen Input bei WhatsApp an, dass er sich ein bisschen beeilen soll. Ich glaub, entweder ist bei Tennis Internet abgeschmiert oder er ist absichtlich rausgegangen. Also irgendwas ist da. Nein, es kann auch sein, dass der Server automatisch Leute kickt, die inaktiv sind. Ach so, ja. Schreib mir mal schnell. Komm schnell, du bist nicht mehr am Server. Aber da wird er jetzt sicher gleich rennen, der Buffy. Fünf Minuten oder knapp sechs Minuten hat er noch. Ist schon wieder Tag? Nein, Alter, was analog ist. Noch nicht. Wär aber geil. Definitiv. Ich bin hier gerade am Häuser bauen. Wahrscheinlich denken Sie manchmal, was macht der Buti da eigentlich? Ist der dumm? Ja, schöne Häuser bauen wir jetzt noch nicht. Oder baust du schon ein schönes Haus? Wie ich finde, baue ich ein schönes Haus, aber keine Ahnung. Na, halt nur so ein provisorisches Haus oder ein Pfusch? Ähm. Aber das heißt, der provisorische Pfusch ist ja das gleiche. Warte. Scheiß Zombies. Wann ist Tag? Ich kann das hier nicht einmal gut nachschauen. Der Buffy ist gerade nicht da, sagt er mir. Was heißt das? Das habe ich ihn auch gefragt. Warte. Jetzt lock mich schnell mit dem Account meines Bruders an und... Ja, mach schnell, mach schnell. Warte mal, wie geht denn sein Passwort? Jetzt muss ich erstmal nachdenken. Ich habe noch knapp vier Minuten, dann schaltet er das ich ab. Oh, Alter, der Buffy kommt erst in 20 Minuten. Ja, egal. Lock dich schnell ein mit dem Account meines Bruders. Wir fahren jetzt schön weiter. Ja, genau. Also das Projekt ist auch nicht nur mit uns drei, sondern wir werden auch schauen, dass die anderen Mitglieder drauf kommen können oder wollen. Können, tun sie es, aber ob sie es auch wollen. So, schnell. Wie geht es mit dem Passwort? Oh, fuck. Vertippt, was? Ich komme nicht in seinen Account ran. Ja, gut, die erste Aufnahme ist jetzt ein wenig... Ah, nein, ich habe es. ...duch einander. Okay, na, passt. Ich gebe gerade die Server-IP ein. Ist schon wieder Tag? Hm? Ist schon wieder Tag? Ähm, es wird. Passt. Das ist das Einzige, was mich wirklich immer anpisst bei Minecraft, wenn man noch keine Betten hat. Mhm. Wo man ewig drauf warten muss. So. So, perfekt, die Server-Zeit hat aufgehört. Okay, passt. Es ist Ruhe. Jetzt. Solange zumindest der Akku meines Laptops hält. Ja, gut. Der wird schon noch halten. Das sollte jetzt auch das Problem sein. Hm? Was? Das sollte jetzt aber auch nicht das Problem sein. Eh nicht. Höchstens auch, wenn er in fünf Minuten ausgeht. Dann bleiben wir immer noch zehn Minuten. So, dann bin ich jetzt auch wieder aktiv mit meinem Account. Passt. Es ist ja noch gar nicht Tag. Komm raus. Einfach. Passt eh. Komm rüber zu mir. Okay. Ah, da drüben bist du. Ich wollte mich auch eher zuerst auf der Seite anbauen. Ich brauche Stein aber. Du hast doch eh schon eine Spitzhacke. Trotzdem brauche ich Stein. Save the world. Stein. Ich muss sagen, das Haus sieht. Warte, irgendwas habe ich da falsch gemacht. Ah, nein, passt eh. Das Haus sieht noch ein wenig. Klein aus. Komisch vor allem, muss ich sagen. Ich baue uns nicht mal schnell die beiden Eichen schon mal hin, damit wir dauerhaft Eichen haben. Gut, und ich, Jens, wollen einfach Stein farmen. Wie bist du einer, der eher darauf schaut, dass die Minecraft-Umwelt schön bleibt? Also, das wären nicht alles. Schon, schon. Ich nehme mich eher auch. Ich hasse, dass wenn die Leute so schon fast terraformen, nur um Sachen ranzukommen. Ja. Ich nerv das. Weil es ist einfach schür. Ich würde da ein paar Höhleneingänge machen oder so, oder die dann zumindest wieder, keine Ahnung. Aber jetzt nicht zum Beispiel einen halben Berg abtragen und das dann ganz flach lassen, oder? Wir werden sicher ein bisschen terraforming machen müssen, weil wir eine kleine Stadt bauen wollen. Der Jonas. Das ist wirklich... Viertelstunde. Ich hab's eh gesagt, wenn er Viertelstunde sagt, wird daraus eine Dreiviertelstunde. Wie auch immer, wir haben noch vorhin der Aufnahme so geredet, so, jetzt haben wir uns mit dem Server gespielt, jetzt kann eigentlich eh nichts mehr schief gehen. Der Profit hat so gemeint, es sollte nur noch die Aufnahme passen. Und es ist jetzt was schiefgegangen, weil der Jonas nicht da ist. Ja. Tja. Oh, der Kies fällt nicht runter bei mir. Fuck, ein Skelett. Jetzt auch noch Regen. Alles super hier. Hä, ist das gar kein Kies, was da vor mir ist? Oh mein Gott. Hinter mir. Fuck. Ich bin grad... Irgendwie... Ich wollte grad meine Sprache auf Deutsch ändern, und jetzt... ...hat sich, glaub ich, mein Minecraft aufgehängt. MAAAN! Was ist los? Bist du gestorben? Ja. Mein Minecraft hat sich aufgehängt. Scheiße. Wo finde ich zu dir, beziehungsweise zu meinen Sachen? Grad gar nicht, weil mir Minecraft abgestürzt ist. Aber wir sind doch ganz in der Nähe von... ... dem Spawnort. Ich weiß, aber ich weiß nicht, in welche Richtung. Ja, ich kann schauen. Ich muss jetzt erst einmal... ...Minecraft beenden. Das reagiert nämlich nicht mehr. Das ist sehr toll. Die Regen deaktivieren wäre natürlich auch mal geil. Was? Der ist doch schon längst deaktiviert. Ah, der ist wieder aktiviert. Der kommt ja immer wieder. Ah, ist er schon wieder an? Ah, jawoll. Ich hab's wieder. Oh mein Gott, das Haus von hier sieht aus wie eine Katastrophe. Oder generell, die ersten paar Tage mal ohne Monster. Bis wir aber alles haben. Ich mein, es ist wurscht. Dann müsst ihr euch den Server jetzt aber neu starten. Was? Dann müsst ihr euch den Server jetzt aber wieder neu starten. Ja, passt eh. Ist ja wurscht. Wir können jetzt mal schauen, dass wir jeder ein Bett haben, dann ist das eigentlich auch kein Problem mehr. Warum stirbt das Scheiß Monster nicht, wenn es Tag ist, hey. Unmöglich. Der Regen kreut mir auch. Aufs Sackl. Ja gut, hier muss man schon ein bisschen Terraforming machen, hier beim Haus, finde ich, weil... Ja. Alter. Was los? Es ist schon wieder abgeschmiert. Was soll das? Ich probiere nur auf Deutsch zu schalten, weil ich nicht weiß, was das für ein Zeug ist, das ich gerade aufgehoben habe. Ja, ich weiß, das war bei mir auch. Lass es einfach auf Englisch. Ja. Ich habe halt keine Ahnung, was das ist. Muss ich nachher googeln. Ja, Alter, ich weiß, dass es nicht reagiert, man. B1. Ich probiere noch einmal im Minecraft-Menü auf Deutsch zu schalten. Vielleicht geht das dann eher. Sonst lasse ich es halt. Ach, Putti, Putti, Putti. Bald haben wir eh unsere Hütte. Naja, wir sollten dann halt unbedingt schauen, dass jeder von uns ein Bett hat. Ja. Mega lang, seitdem ich nicht mehr Minecraft-Ding-Spiel habe. Survival. Ich finde, survival macht immer noch mehr Spaß als creative. Ich weiß, wie. Oh, Alter. Wer hittet mich oder was hittet mich? Oder vielleicht verhungerst du? Skelett. Das fuck dich doch ab. Es ist stark eigentlich. Ja, ja, ja. Oh, jo, jetzt start schon. Ich lasse es einfach auf Englisch oder geht es nicht? Geht schon. Keine Ahnung. Ich habe das Programm erst jetzt schließen können. Er wollte es ewig nicht. Ich habe mir gesagt, das Programm reagiert nicht. Wollen sie es probieren zu reparieren? Hast du eine Workbench? Ja, unten in der Höhle, wo ich war, ist einer. Und oben auf dem Gras irgendwo steht einer. Aber auf der anderen Seite der Insel, dort, wo wir den Puffy zurückgelassen haben. So, mein Minecraft läuft. Wo wir den Puffy zurückgelassen haben. Okay, na. Ich kann nicht Sprache. Komisch. Oh. Der Scheißerregen nervt so am Bildschirm und das wird die Zuseher sicher auch nerven. Glaube ich. Soll ich ihn abschalten? Schalt ihn lieber ab, ja. Ich schalte gerade rüber zum Server. Tut sich was? Noch nicht. Jetzt. So. Gut. Ich muss auf Englisch bleiben. Minecraft lässt keinen Wechsel zu. Kommst du mal her? Sofort. Jetzt haben wir schon 14. Egal, nehmen wir noch 10 Minuten auf. Ja. Ich probiere gerade nur irgendwie. Oh, fuck. Ich habe gerade die Zuckerrohre. Egal. Alter, was ist gerade los mit meinem Minecraft? Geht's nicht? Ich stütze gerade nur ab. Hast du irgendein anderes Programm offen? Nein. Und ich habe vorhin auch mit 120 FPS gespielt. Und das auch nur, weil ich gesagt habe, er soll so viel nehmen. Mann. Ich probiere es jetzt noch einmal, vielleicht. Danach muss ich schauen, was ich mache. Ja. Ah, ich glaube, jetzt geht's. Okay. Das ist schön. Ja, freut mich auch sehr. Gut, dass du aufnimmst. Ja. Sonst wäre das jetzt irgendwie Arsch gewesen. Mein Bruder ist eh noch offiziell am Server, oder? Ja. Passt. Oh. Den hat jetzt fast den Creeper, glaube ich, in der Nacht in die Luft gesprengt. Oh, geh fuck auf. Ich habe hier ewig Mojang-Bildschirm laufen. Ja. Psst. Mein Handy hat wirbriert. Hat man das gehört? Ja. Bissi, glaube ich. Keine Ahnung. Ist ja wurscht. Das war der Jonas. Er hat mir ein weinendes Smiley gesimst. Oder gewatsappt. Wie sowas hast du ihn geschrieben. Du Hund. Jetzt bin ich wieder da, Boti. Juhu. Da ist übrigens Kohle, dass die noch keiner abgebaut hat. Ja, ich weiß. Ich werde mir mein Haus ein bisschen weiter drüben am Fluss bauen, okay? Ja. Aber immer noch in der Nähe natürlich. Ja, mir ist es wurscht halt. Das ist jetzt... Ich wollte das Haus nur bauen damit halt, ja. Ja, ja, ja. Wir sollten auch echt schauen, dass wir Schafe oder so irgendwie kriegen. Ja, auf jeden Fall. Ich brauche auf jeden Fall. Ich habe mir die Workbench von dir eben geklärt. Ich dachte auch eigentlich immer... Hast du die Workbench eh rübergeholt auch gleich? Ich habe sie hier. Passt. Hast du den Ofen mitgenommen? Warte. Ah nein, das steht noch drüben. Ich hole ihn mal. Warum mache ich gerade eigentlich Sticks? Boah. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu weit runter springe mit nur meinem halben Herz. Ah, man kriegt drei Fichtenholztüren. Der schaut gar komisch aus, wenn ich es so lasse. Haben die... Vielleicht ist normale Texturback drin? Die haben da ein bisschen was geändert. Kann es sein? Es gibt jetzt auch Fichtenholztüren. Okay, achso, deswegen. Okay. Es gibt jetzt auch Fichtenholzzäune und so. Also mit jeder Holzsorte. Okay. Ja, weil ich habe es dort gespielt, aber keine Ahnung. Und ich glaube, wenn du sie mischt, die Holzsorten, geht es entweder gar nicht mehr oder es kommt Eiche dabei raus. Die Frage ist natürlich, wie wir das machen. Weil, angenommen, ja, egal, das reden wir später. Ich finde die eigentlich ganz schön, die Fichtenholztüren, zumindest bei meinem Pack. Hier in Default sieht es auch gut aus, eigentlich. Ah, meine Lippe ist ganz offen. Ich muss nachher irgendwas wollen, eine Labelle oder so. Also, jetzt ist die Frage, wie mache ich meinen Boden? Aus Holz, hätte ich gesagt. Ja, aber ich weiß nicht. Ich kann mich gerade irgendwie, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Ob ich normales Holz nehmen will? Ich hole mir noch ein bisschen mehr Eichenholz, okay? Ja. Ich weiß nicht, ob ich meinen Boden mit Eichenholz machen kann, dass es dann zusammenpasst. Das ist natürlich... Ich finde immer, dass Birke und Eierfichte ganz gut zusammenpasst. Ja, stimmt. Lauter Händl. Oh, die Kuh auf dem Baum. Hast du eigentlich irgendwo schon Schafe gesehen? Warte, ich mache da gerade irgendwie... Ich würde eigentlich dann sagen, dass wir die Aufnahme beenden dann schon. Von mir aus können wir es, ja. Wir können dann gerne noch eine zweite machen, wenn du willst. Ja, fix, fix. Okay. Ich weiß nur nicht, ob wir dann auf den Jonas warten oder ob wir jetzt schon... Na, ich weiß nicht, wer weiß. Ich weiß auch nicht, wann er kommt. Das ist immer die Frage bei ihm. Ja, ich weiß. Na gut. Na gut, dann soll ich mich zuerst... Ich verabschiede mich zuerst. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Jo, tschau'sen.